Die Astronauten fragen an, ob sie ihren Kabinendruck ablassen können. Houston antwortet, Basis mehr der Stille, ihr könnt jetzt den Druck ablassen. Die Lucke öffnet sich, Armstrong ist draußen auf der Plattform. Das ist nur ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Diese Worte Armstrongs werden wohl noch in Geschichte machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.